So, zack, Munition, Leben, Munition. So, alles dort, alles dort. Jetzt sammeln wir uns wieder ein paar Seelen, ein paar Raketen. Und etwas... Was? Was? Nein! Piss dich! Lass mich in Ruhe! Kriegst ne Rakete in de Fresse! Waaah! Aha, gut. Ah, die macht nur das große Portal aus. Es tut mir leid, Tommy! Gott, es tut mir leid! Wo sind Sie? Ich bin so Angst! Jen, danke Gott! Tommy, ich kann nicht fühlen meine Legen. Hilf mir! Ich bin so Angst! Tommy! Don't be scared. I'm getting us out of here. I promise. Oh, my God! Tommy! Run! Get away from me, Tommy! You want me to kill you! I can't... I can't stop it! Tommy! Ich bin gestorben! Okay. Zack! 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 Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gelesen sein. Aui! Okay. Nein! Nein! Geh... weg! Nein! atrocc vertie.. Was haben deine Ruproare gemacht? THE GAIR Tifieer! Das heilt sich überhaupt... Scheiße! Wieso ist denn das Ding daumenkriegen? Oh fuck, 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 oh fuck.. Ja, ja ich würde dir ja gerne helfen, morgens kommt das echt nicht. Treffe ich das Ding überhaupt? Scheiße. Ich verplauze meine ganze Munition an, dass Drecksfließe rein plackt. Ich brauche Leben. Wo sind denn die Lebensdinger? Ach, verdammt. Was? Was hat sie denn? Nein! Das war jetzt das letzte Mal. Voll daneben. Voll daneben. Cheat. Voll daneben. 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 Oh, Jen. My beautiful girl. Send me to Uniqua, Tommy. I'm ready. I can't. I've got to save you. You can't save me, Tommy. You can only let me go. Please, Tommy. Please, Tommy. Let me go. Jen. I love you. Emotion. It clouds your judgment. Fuck you! Come out and fight me, you coward! Such anger. Such hostility. Such potential. I will teach you to harness it. I will make you immortal. Immortal! You've taken away everything I had to live for! Inisi! I'm ready now! Huh?! Eid der Rache. Hmmmm, klingt gut. Da müssen wir garantiert wieder zum Großvater laufen. Und es wird langsam dunkel. Tomasi. Grandfather. Was ist passiert? The Dark Ones seek to invade this land. The Keeper. Even now, the spirits of our ancestors fight to protect this sacred place. I want the training, Inisi. I want vengeance. We must hurry. The path before you is long. It will not be easy. I want those bastards dead. All of them, whatever it takes. It will take much. Let us begin. Seven trials await you, Tomasi. One for each of the sacred clans. Go now to the spirit cave. Okay. Gehen wir zur Spirithöhle. Okay. Gehen wir zur Spirithöhle. Entschuldigt, dass ich jetzt hier ein bisschen durchrenne. Wo ich renne. Allerdings, das haben wir ja eigentlich alles schon mal gesehen. Was ist das denn? Eine Pfeife? Aber... Gesundheit Upgrade. Du? Wie ist es hier gekommen? Du hast meine Gratitude, Mensch. Erst leugest du mich in Himmeln. Und jetzt leugest du mich hier. Ja, ja, ich komm. Ich komm ja schon. Ich bin schon umgeregst groß vor. Du musst hier weg, Tomasi. Ich bin nicht bereit. Der Aniwaya-Spirit bierst du in dir. Deine Ancestor haben dich auf dich. Jetzt musst du die Flucht für sieben. Zeigst du ihnen die Macht von unseren Menschen. Ich brauche in diesem Land, aber du musst in den Metalworlden gehen. Und stop diese Invasion. Use the Dark One's weapons against them. Bring the sun back to this land. Ah, wow. Oh, that's a ruckelt, no? Oh, that's a ruckelt, no? Oh, that's a ruckelt, no? So busy, is that here? Jetzt bin ich gestorben. Scheiße! Ah! Oh! Und Abgang. Jippie! Scheiße! Oh! 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 Was... Halt! Puck! Scheiße! Wieso kann er das anbauten, rausweichen?! Leute! Leute, was ist denn das für ein Unmögliches Spiel? So oft kann man doch gar nicht sterben. Oh, man. Nein, gerade beim Durchgehen. Gerade beim Durchgehen. Fuck. Kriegst du dich noch? Nein. Und drei. Tommi, du kriegst schon deine Rache. Auge in Auge? Heißt das nicht? Auge um Auge? Zahn um Zahn? Okay. Auge in Auge. Dann halt anders. Wie ihr es denn gerne hättet. Scheiße. Ich bin jetzt die Rache. Ich bin jetzt die Rache. Ah, f**k. Brenn. Oh, oh, oh. Störb du, baas fort. So, den Klei haben wir eh nicht wieder mit abgekriegt. Ah, nja, nja, nja. Das ist ein Rot. Erwischt. Nein, das will noch nicht. Wir brauchen ein paar Roten. Nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Ah. Get the f**k away from me. Die, 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 die. Die, die, die. Nein. Aber jetzt merkst du, dass der Typ jetzt ein bisschen arg vorgezogen ist. Wo? Oh! 6-Feed. 10-Feed. Schamengleichheit am Punitioner. Schamengleichheit am Punitioner. Yes. Die! Ja, die! Ich weiß nicht, ob ich schon saugen kann. Ah, fuck! Gerade wo ich sich das Portal aufgemacht habe. Entschuldigung, aber entschuldige die Atmosphäre, aber ich habe das gemacht von vielen Reden. Und ich habe mir offenbar in einer letzten Folge vorgenommen, ein bisschen mehr zu reden. Aber das wird vielleicht gerade im Ausblick noch nicht vergessen. Was ist denn los? Das geht doch gar nicht. Was denn? Von wo denn? Wieso denn? Das geht doch gar nicht. Wer hat mich jetzt schon wieder abgeschossen, dass ich getrunken bin? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ich bin nie davon. Tschüss. Oh. Patsch. Das geht doch gar nicht. 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 Was mache ich denn hier für'n Scheiß? Jetzt, ja. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ich hoffe, das hilft, mein Vater. Geht's jetzt hier gerade alles mal weiter. Jawohl. Hey. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. keine Munition mehr aber da wird glaube ich gerade Abhilfe geschaffen jawohl bisschen Munition werden auch nie schlecht ah jetzt gut jetzt kriege ich wieder Ende vom Latsch jawohl oh oh ne ne auf 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 ne 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 ach so ne 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 Was ist das? Oh! Oh! Whoa!